Also eine Frau, die sich trennt, die hat das geplant. Die macht das nicht von heute auf morgen. Außer sie ist wirklich psychisch krank und trennt sich heute und am nächsten Tag will sie dich wieder und in einer Woche trennt sie sich wieder, also so borderline-mäßig. Das sehe ich bei ihr jetzt aber nicht. Du hast ja geschrieben, die Beziehung wurde abrupt von ihr beendet. Es passt nicht mehr. Ich wäre ein toller Mensch und sie wünschte mir alles Gute. Danach war ich sofort blockiert, Hofumleitung drin etc. Das klingt für mich halt wirklich nach einem Plan. Also die hatte das meiner Meinung nach geplant, diese Beziehung zu beenden. Warum, wissen wir nicht. Ich hätte als erstes mal die Frage an dich, wie alt seid ihr oder wie alt bist du denn? Erwachsen, ja dann bist du genauso alt wie ich. Genau, ich schreibe mir das kurz. Aber ich mache mir nebenher immer so ein bisschen Notizen, falls es ein zweites Gespräch gibt, dass ich dann noch weiß, um was es ging. Genau. Und wie lange wart ihr denn zusammen? Also das klassische halbe toxische Jahr quasi. Der wollte gerade sagen, das klingt mir nämlich danach, als ob sie eigentlich ja nur anfangs hier den Köder quasi ausgeworfen hat mit dieser Single-Börse, also dich angeschrieben oder halt quasi Interesse bekundet hat und eigentlich ging alles danach ja, so wie ich das raushöre von dir aus. Und bei der Aussage beim zweiten Date, dass die Freundin sie überredet hat, dich aufzusuchen, da würde mich mal interessieren, weißt du das wirklich oder hat sie dir das nur gesagt? Mhm. Mhm. Ja, ich frage das nur deswegen, weil sowas könnte auch schon, ja wie soll ich es ausdrücken, so eine kleine Abwertung gewesen sein, weil sie gibt in diesem Moment, wenn sie dir zum Beispiel sagt, ja eine Freundin hat mich überredet, dass ich dich noch besuchen komme, dann sagt sie dir ja in dem Moment nicht, dass sie selber das vielleicht entschieden hat, dass sie dich besuchen will, sondern sie sagt ja, eine Freundin hätte sie dazu überredet, man weiß das ja nicht so genau, wie das denn war und deswegen wollte ich das mal kurz wissen, weil solche Menschen, wenn man jetzt mal ganz pauschal toxische Menschen sagt, die geben ja ungerne wirklich zu, wenn sie, ich sag mal, Interesse haben oder wenn sie Gefühle haben. Da wird das Ganze ja immer so gehalten, dass du eigentlich nie hundertprozentig weißt, woran du eigentlich bist. Dass du der Toxische bist, sag es nicht. Mhm. Ja, vielleicht kann ich dir ja ein paar Antworten geben. Also was du gesagt hast, sie ist eher vom Typ ein verletzter Mensch und kein toxischer Mensch. Das Traurige ist, dass das meistens Hand in Hand einhergeht. Also die meisten Menschen, die irgendwie sich in Beziehungen völlig daneben verhalten oder auch sowas abziehen wie jetzt hier bei dir, von heute auf morgen quasi verschwinden und dann noch das, was wir dann später noch alles besprechen. Das sind ja meistens Menschen, die sind ja nicht, die werden ja nicht geboren als furchtbare Menschen, sondern die haben ja ihre eigenen Verletzungen, die haben ja ihre eigenen Erfahrungen, ihre eigenen Traumata und entwickeln aufgrund dessen ja meistens dann potenziell gewisse Verhaltensweisen, die unschön für das Gegenüber sind oder gar Persönlichkeitsstörungen etc. Deswegen, ich wollte gerade sagen, das klingt schon ein bisschen, also das ist tatsächlich häufig bei verdeckten Narzisstinnen der Fall, dass sie halt eigentlich doch sehr, also nach außen hin schon sehr souverän wirken oder sehr souverän auftreten und man jetzt mal so vordergründig gar nicht auf die Idee käme, dass diese Menschen irgendwie ein Problem mit dem Selbstwert haben oder sowas. Dazu eben halt auch die Zielstrebigkeit etc. Und das wirkt natürlich auf dich erstmal, als ob die Person völlig stabil eigentlich ist. Aber darunter, und das ist ja das Paradoxe und gleichzeitig auch das Traurige, darunter verbirgt sich halt häufig wirklich ein komplett gebrochener Mensch, wie du das vorhin so schön gesagt hast. Ein Problem ist aber natürlich halt, dass es ja, so böse das klingt, aber immer die Aufgabe des Menschen selber ist, daran, ich sag mal, an die Ursache zu gehen und auch diese Probleme zu beheben. Weil letztendlich ist es ja so, dass die meisten Menschen, mit denen ich ins Gespräch gehe, die hatten eben halt eine Beziehung mit einem Menschen, wo, ich sag mal, auch gewisse Dinge in der Vergangenheit vorgefallen sind. Aber das Problem ist ja, die Menschen, die dann bei mir auf dem Kanal landen, das sind eben die, die dann Monate und teilweise Jahre lang darunter leiden. Und da bin ich dann immer ein bisschen, ja, vorsichtig, will ich sagen, wenn es darum geht, hier dann so viel Mitleid zu haben. Weil ich kenne das, ich weiß nicht, wie gut du meinen Kanal schon kennst mit meiner Geschichte. Ich habe ja meine Geschichte immer mal wieder so ein bisschen angeteasert. Ich hatte ja selber solche Beziehungen und insbesondere meine letzte Beziehung mit einer verdeckten Narzisstin. Die hat bei mir auch, ich sag mal, das Gefühl hinterlassen, wirklich, dass sie erst mal total selbstbewusst und souverän ist, aber dass man sie auch irgendwie beschützen will, dass man auch irgendwie Mitleid mit ihr hat, weil sie eben wie so ein zartes Pflänzchen irgendwo wirkte. Und das hinterlässt halt bei uns Männern insbesondere so dieses Gefühl, wir müssen die Frau irgendwie, egal wie sie sich verhält, egal was sie macht, egal, die kann uns noch so Grauen bereiten. Und ich meine letztendlich, wenn wir mal ehrlich sind, das macht deine Ex hier, ja. Also ich meine, du leidest jetzt ja nicht ohne Grund. Und dennoch wollen wir irgendwie das nicht sehen, wie es wirklich ist. Wir schieben das ein bisschen auf Seite, wie es uns eigentlich damit geht und haben immer noch so das Bedürfnis, ja, wir wollen sie ja in den Arm nehmen. Wir wollen sie ja kuscheln, dieses arme, süße Mädchen. So nach dem Motto. Und das ist halt wahnsinnig gefährlich, weil du als, ich sag mal, jetzt in gewisser Weise auch gebrochener Mann, du leidest, du hast einen Schmerz verursacht durch diese Person. Mal ganz plump, ganz pauschal gesagt, hat diese Mensch dir einen Schmerz zugefügt. Und dennoch hast du das Bedürfnis, diesen Menschen irgendwie in gewisser Weise retten zu wollen, beschützen zu wollen und, ja, mal ganz simpel gesagt, irgendwie an dich schmiegen zu wollen. Und das ist halt gefährlich, weil das ist ja das, wie man ja auch so schön sagt, das Stockholm-Syndrom in gewisser Weise. Klingt jetzt ein bisschen überdramatisiert, aber nur, um es mal zu verdeutlichen, du möchtest eigentlich, ja, den Menschen, der dich verletzt hat, in den Arm nehmen und beschützen und glaubst irgendwie dadurch, ja, was Gutes zu tun. Dabei lässt du eigentlich die Gefahr nur noch näher an dich ran. Also, um es mal ganz, ganz blöd auszudrücken, es ist, wie wenn bei mir im Haus jemand einbricht, mich mit einer Waffe bedroht, mir ins Knie schießt, ich danach nur noch humpeln kann und ich dann denke, ja, der hat bestimmt eine schwere Vergangenheit, ich muss ihn einfach nur liebhaben und umarmen. Genau, und dann biete ich ihm noch ein Bierchen an und dann wird das schon. Dann wird das bestimmt ein ganz lieber Mensch, der nie wieder jemanden verletzt. Gut, nebenher raubt er mich halt komplett aus, hat mich dann wahrscheinlich auch schon gefesselt und zündet dann das Haus an und ich verreckt dann. Also, einfach nur mal, um auf diese Gefahr hinzuweisen, weil gerade die Geschichten, die ich halt von Männern bei mir auf dem Kanal habe, wie auch meine eigene, die sind eigentlich immer relativ ähnlich und es ist eigentlich sehr, sehr häufig die liebe, süße Frau, die irgendwie eine schwierige Vergangenheit hat, die so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, nicht so offen ist, wenn es um ihre Emotionen geht, sondern die einfach halt so ein bisschen sich auch rar macht, wenn es darum geht, da wirklich in die Tiefe zu gehen, also eine tiefe emotionale Bindung aufzubauen und das lässt uns halt in gewisser Weise nicht los. Wir denken dann halt immer, wir müssen da jetzt irgendwie noch mehr tun, um da an den Kern dieser Frau ranzukommen, der womöglich gar nicht in der Form überhaupt ihr selber bewusst ist. Und das macht es immer so schwierig. Direkt angefixt quasi. Also vielleicht auch so ein bisschen, so ein bisschen, ja, ich sag mal, jetzt ist Besuch da so ein bisschen Prestige zeigen in Form von, ja, wir sind doch, wir sind doch eigentlich eine glückliche Familie. Das erinnert mich ein bisschen an die Family meiner Ex. Da war das auch so. Auch so vordergründig dachte man, die sind ja alle sehr herzlich, aber wenn du so zwischen den Zeilen gelesen hast und zugehört hast, dann hast du gemerkt, dass da sehr vieles einfach so, ja, so fake ist. So wie wenn du Samstag morgens eigentlich total verschlafen bist, aber du gehst raus an den Briefkasten und holst die Zeitung und damit die Nachbarn das nicht sehnen, gehst du vorher ins Bad und stylisch dich erstmal und ziehst dich schick an, so nach dem Motto. Also blödes Beispiel jetzt, aber das ist, ich sag mal, von der Geschichte, die du jetzt gesagt hast, wie sie aufgewachsen ist, kann ich mir schon vorstellen, dass sie in gewisser Weise halt auch vielleicht gelernt hat, ja, dass sie sich zurückhalten muss, sagen wir es mal so. So, dass sie vielleicht, mhm, ja, das ist häufig so. Mhm. Also es klingt halt schon nach, ich sag mal, Identifizierung über Leistung. Das ist natürlich für die Psyche dieser Menschen nicht wirklich gesund. Das ist ja vollkommen klar. Vielleicht kann sie es auch, das war so ein Gedanke, den ich dazwischen mal hatte, als ich mir deine Nachricht durchgelesen habe, so vielleicht kann sie es auch irgendwie nicht wirklich annehmen, weil sie nicht gelernt hat, wie es ist, ja, wie soll man sagen, ohne Grund geliebt zu werden. Weil ich meine, wir Männer, wir gehen ja in eine Beziehung, wir lieben die Frau eigentlich einfach mal so. Also das ist ja das, was ich immer idealistische Liebe nenne. Wir knüpfen unsere Liebe, unsere Gefühle für die Frau ja jetzt erstmal nicht an irgendwelche Bedingungen. Klar, sie muss gut aussehen, sie sollte auch jetzt nicht unbedingt nach Scheiße riechen, aber so ganz grundlegend lieben wir einfach mal dann die Frau. Die muss dafür jetzt erstmal nicht richtig viel tun. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch in gewisser Weise, das ist einfach nur so ins Blaue geschossen, dass sie vielleicht damit nicht umgehen konnte, weil sie das einfach nicht gelernt hat. Weil sie einfach nie gelernt hat, wie es ist, gemocht, beachtet und geliebt zu werden, ohne Leistung zu erbringen. Ja klar. Ja, ich sag mal so, also ihre Persönlichkeit, die, nehmen wir es mal ganz pauschal, sie ist, wie sie ist, da können wir erstmal nichts dran ändern. Da hast du, genau, das ist eben die große Schwierigkeit, die es dann für dich eben halt in gewisser Weise, weil mit jedem Brotkrumen wirst du ja in gewisser Weise, wie soll ich es ausdrücken, süchtiger nach dieser Frau. Das ist ja das, was ich mit der intermittierenden Verstärkung meine. Ich weiß nicht, ob du das Video mal gesehen hast von mir, wenn nicht, dann schaust dir mal an mit dem Titel Intermittierende Verstärkung. Da geht es ja eben genau darum, dass du eben durch kleine Aufmerksamkeiten, die dir hingeworfen werden, bei Stange gehalten wirst. Und dann, wenn die Brotkrumen immer weniger werden, dann lächst du natürlich nach den Brotkrumen, das heißt, du gehst auf sie zu, du willst mehr von ihr, dann kriegst du wieder ein paar, dann bist du kurz zufrieden, dann werden es wieder weniger, dann strengst du dich mehr an, weil du willst ja diese Brotkrumen wieder haben. Also alles jetzt natürlich im übertragenen Sinne. Und das macht dich eben total abhängig. Und da geht es dann in, ja, in vielen Beziehungen geht es dann gar nicht mehr wirklich um die Person, sondern es geht sozusagen nur noch um diese Bedürfnisbefriedigung deiner Sucht in gewisser Weise. Das ist eben auch so ein Mindfuck, den man sich bewusst machen muss, dass, wenn man es mal realistisch betrachtet, es häufig gar nicht mehr um die Person ging, sondern nur noch um diese Dynamik, weil man eben diese Dynamik, ja, weil man nach dieser Dynamik irgendwo süchtig geworden ist. Also das ist eine riesengroße Gefahr, die ich regelmäßig in solchen Beziehungen sehe. Nee, deswegen ist ja auch dieses Benching und Breadcrumbing, also Brotkrumen auswerfen, das ist ja auch deswegen genauso gefährlich. Weil es dich eben, ja, abhängig macht nach dieser eigentlich, wenn man es mal realistisch betrachtet, geringen Aufmerksamkeit. Weil du hättest ja, ich sag mal, wenn die jetzt hergekommen wäre zu dir und hätte dir die volle Aufmerksamkeit gegeben und gesagt, hey Schatz, komm, wir setzen uns hier mal zwei Stunden aufs Sofa, ich würde dir gerne mal einfach ein bisschen was erzählen über mich und wie es mir so geht, wie es so in mir drin aussieht. Das kann man ja durchaus machen in Beziehungen. Vielleicht nicht ganz am Anfang, aber nach so ein paar Monaten kann man das durchaus mal machen. Und ich glaube, wenn sie das mal getan hätte, dann wäre so dieser Kreislauf, dieser Dynamik mal unterbrochen geworden und du wärst vielleicht auch mal wieder ein bisschen, ja, ich sag mal, runtergekommen. Weil in gewisser Weise ist es ja so, dass du in solchen Beziehungen auch immer so eine Angespanntheit hast, weil du ja irgendwie nie, also ich unterstelle dir das jetzt einfach, du hast noch nicht gesagt, dass es so ist, aber ich könnte es mir vorstellen, weil es eigentlich immer so ist, dass du in gewisser Weise immer irgendwie angespannt bist. Also immer, genau, genau, und das, genau, sehr gut ausgedrückt, du warst die ganze Zeit so in der Schwebe, weil du nicht wusstest, was ist das zwischen uns, wann sehe ich sie wieder? Und das ist ja genau das Ultragefährliche, weil du dann nämlich in ihrer Abwesenheit kontinuierlich über sie ja auch nachdenkst. Du denkst über Situationen nach, die zum Beispiel beim letzten Treffen waren, dann hinterfragst du vielleicht auch in gewisser Weise dein eigenes Verhalten immer wieder und denkst, vielleicht habe ich hier was falsch gemacht und deswegen sehe ich sie erst einen Tag später wieder oder diese ganze Scheiße, die man sich dann eben halt so im Kopf zusammenspinnt. Ja. Das ist ja auch das, was du eigentlich ja auch beschrieben hast, dass sie ja einen sehr geringen Selbstwert hatten. Das spricht ja auch, also das, was du gerade beschrieben hast, dass sie ja eigentlich immer, ja ich sag mal, eher die Geberin ist, vordergründig, dass sie mehr Freude daran hat, in gewisser Weise Dinge zu geben oder Dinge wie jetzt für diese Silvesterparty da alles zu besorgen, im Übermaß, dass es noch eine Woche lang reicht und so weiter. Wenn du dann aber dich revanchieren willst und ihr was zurückgeben möchtest, kommt sie damit nicht klar. Und das ist halt wieder was, das wird sie potenziell nicht gelernt haben. Ich meine, ich will da jetzt gar nicht zu tief in die Psychologie gehen, aber wenn ich es jetzt mal nur so oberflächlich betrachte, könnte ich mir halt vorstellen, dass sie in gewisser Weise da noch in ihrem kindlichen Muster irgendwo lebt, wo sie vielleicht im Elternhaus gelernt hat, dass sie eben halt in gewisser Weise funktionieren muss, dass sie Leistung bringen muss und dass eben Anerkennung eigentlich wenig bis gar nicht kommt. Und wenn du da natürlich Anerkennung zeigst, dann ist das für sie völlig fremd. Genau, und das Problem des Ganzen ist, das ist ja der nächste traurige und schlimme Aspekt, dass sie potenziell nicht nur damit nicht umgehen kann, sondern dass sie es dir halt auch gar nicht glaubt. Also beispielsweise Frauen, die so einen geringen Selbstwert haben, wenn man denen zum Beispiel sagt, du bist wunderschön. Also einfach mal nur, du stehst morgens auf, sie ist nicht geschminkt, ihr habt euch noch nicht im Bad zurecht gemacht, ihr steht einfach auf, habt zusammen im Bett geschlafen und du schaust sie an und sagst ihr, Schatz, du bist wunderschön. Dann wirkt das für die Frau, wie wenn du sie belügst oder sie gezielt manipulieren möchtest. Weil es kann ja nicht sein, dass das jetzt der Realität entspricht. Weil das eben halt ihr Mindset ihr, ja in gewisser Weise verbietet, das überhaupt ernst zu nehmen. Und das ist eine riesige Schwierigkeit und das kannst du als Mann in einer Beziehung niemals überwinden. Also da rackerst du dich wirklich ab und gehst vor die Hunde. Und die Beziehung und der Frau geht es kein bisschen besser. Das ist was, das muss sie therapeutisch aufarbeiten. Definitiv. Da wäre es die Frage, hat sie mal irgendwas gesagt, dass sie mal Therapie gemacht hat oder hat sie sowas mal angedacht gehabt? War nie Thema. Okay. Klar. Ja, das Problem ist, das ist so eine häufige Frage, wieso macht sie sowas? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Die simple Antwort darauf ist eigentlich nur, du darfst nicht versuchen, mit deinem rationalen Verstand zu versuchen, solche Menschen zu verstehen. Also das klingt jetzt erstmal abwertend, wenn ich sage solche Menschen, aber damit meine ich einfach generell Menschen, die in gewisser Weise ein Problem mit dem Selbstwert haben oder ein Problem mit Bindungsmustern etc. Weil, ja, das juckt ja nicht. Das ist ja wurscht. Das ist ja wurscht. Mhm. Ja, sie ist, genau, das meine ich ja. Und Menschen, die so eben, ja, wie du es gesagt hast, eine Mauer eigentlich um sich rum aufgebaut haben, an die du nicht wirklich rankommen kannst, wenn man es jetzt mal übertreibt und überspitzt und wirklich in die Richtung Persönlichkeitsstörung geht, dann ist es ja auch so, dass die Menschen ihren eigenen Zugang zu ihren Emotionen verloren haben. Also wenn man jetzt gerade beispielsweise vom Thema Narzissmus ausgeht, da ist es ja häufig so, dass die Persönlichkeit oder die Emotionen eben in frühen Jahren schon abgespalten wurden, mehr oder weniger als Schutzmechanismus, um eben nicht kaputt zu gehen. Beispielsweise, wenn wir jetzt mal ihr Beispiel nehmen, dass sie eigentlich nicht wirklich die Liebe und die Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie als Kind vielleicht gebraucht hätte, dann ist es natürlich ein natürlicher Schutzmechanismus des Menschen, in gewisser Weise das eigene Empfinden, die eigenen Emotionen abzuspalten, weil was würde sonst passieren? Man würde emotional verdursten. Man würde quasi kaputt gehen. Bin ich jetzt ein bisschen gespaltener Meinung oder gespaltener Ansicht, wenn ich mir die Gesamtgeschichte so betrachte? Also ja, ich glaube dir, was du sagst, es könnte aber auch einen ganz anderen Hintergrund haben. Und da will ich mal kurz die Geschichte kurz gerade so ein bisschen durchgehen von dir. Nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, sie hatte vielleicht im Hintergrund, einfach nur mal ins Blaue geschossen, sie hatte vielleicht im Hintergrund irgendwo jemanden kennengelernt, beispielsweise. Weil eine Frau trennt sich eigentlich nie, also eine Frau, die sich trennt, die hat das geplant. Die macht das nicht von heute auf morgen. Außer sie ist wirklich psychisch krank und trennt sich heute und am nächsten Tag will sie dich wieder und in der Woche trennt sie sich wieder. Also so Borderline-mäßig. Das sehe ich bei ihr jetzt aber nicht. Und in der Regel ist es so, du hast ja geschrieben, die Beziehung wurde abrupt von ihr beendet. Sie hat dir ja geschrieben, es passt nicht mehr, ich wäre ein toller Mensch und sie wünschte mir alles Gute. Danach war ich sofort blockiert, Hofumleitung drin etc. Das klingt für mich halt wirklich nach einem Plan. Also die hatte das meiner Meinung nach geplant, diese Beziehung zu beenden. Warum, wissen wir nicht. Ja. Das ist halt leider häufig so, wenn die Frau entweder einen anderen Kerl, Kerl, also ich will da jetzt gar nichts unterstellen, aber man sagt ja nicht umsonst, when she's cold to you, she's probably hot for someone else. Also wenn sie dir gegenüber kalt ist, dann ist sie heiß für einen anderen. Wissen wir jetzt nicht. Sie hat ja jetzt, was du so beschrieben hast, jetzt nicht unbedingt das extrem promiskutive Verhalten in der Vergangenheit an den Tag gelegt, wenn sie nur zwei Beziehungen davor hatte, so wirklich. Aber es ist, also 99% der Fälle ist es eben ein anderer Mann. Muss nicht mal sein, dass sie sich in einen anderen Mann verliebt hat, aber vielleicht ein anderer Mann, der irgendwo Interesse bei ihr ausgelöst hat. Das wäre zum Beispiel. Oder ein Ex, der wieder aufgetaucht ist. Das kann ja auch sein. Das Problem ist natürlich halt, ich glaube, sie hat in dieser Woche vor der Trennung, wo sie dir dann auch länger nicht auf Nachrichten geantwortet hat, also ich stelle mir das eben so vor, sie hat eine Nachricht von dir bekommen, sie weiß, sie ist mit dir eigentlich irgendwie zusammen, auch wenn es vielleicht nie so hundertprozentig ausgesprochen wurde. Sie weiß aber auch gleichzeitig nicht so ganz, wie sie mit der jetzt geänderten Situation vielleicht umgehen soll, weil sie vielleicht jemand Neuen kennengelernt hat oder der Ex wieder aufgetaucht ist. Oder nehmen wir noch eine dritte Komponente mit rein, vielleicht ihre Familie aus irgendwelchen Gründen sagte, dieser Mann ist nichts für dich oder die Beziehung ist doch nichts oder was weiß ich was. Es kann ja tausend Gründe geben, warum sie gezweifelt hat an der Beziehung oder an der Verbindung. Und da hat sie natürlich, wenn sie eine Nachricht von dir bekommen hat, hat sie natürlich eine Aufgabe. Das setzt sie in gewisser Weise dann unter Druck, weil sie muss ja darauf reagieren, entweder so, dass du nichts merkst oder sie muss eben gezielt kalt zu dir sein. Also irgendwie muss sie ja halt damit umgehen. Und das, was du gemerkt hast, ist einfach diese Unsicherheit, die sie selber in gewisser Weise in sich trug und nicht wusste, wie sie damit umgehen soll. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass man Mitleid haben soll. Ach, du meinst quasi, dass du unbewusst oder dass sie vielleicht dadurch getriggert wurde. Ja, das kann natürlich auch sein. Mhm. Also ich meine, ja, es kann wahnsinnig viele Aspekte und Gründe geben, die sie da vielleicht dazu bewegt haben. Wir wissen es nicht. Also ich glaube, für dich ist mal ganz wichtig, wenn du nichts gezielt falsch gemacht hast, dass du erstmal auf jeden Fall nicht die Schuld bei dir suchst. Also das will ich nur mal ganz klar festhalten, weil ich kenne das, wir Männer, Frauen ja genauso, aber wenn wir so verlassen werden, wie du jetzt hier, also quasi eine Woche lang hat sie sich distanziert und dann kommt von heute auf morgen die Nachricht, das passt nicht mehr, dann dieser Bullshit von wegen, du bist ein toller Mensch. Ja, das wird halt, das mag ja stimmen, aber das wird halt gesagt, damit es halt irgendwie positiv klingt, so wie am Ende, ja, so wie der letzte Satz in der Kündigung vom Arbeitgeber beispielsweise, so wir wünschen alles Gute und bla bla. Das ist, ja, das sind halt Floskeln, die gut klingen sollen. Ich meine, in gewisser Weise war sie da ja ehrlich. Sie hat jetzt ja nicht irgendwie versucht, dir irgendein Bullshit zu erzählen. Sie hat ja geschrieben, es passt nicht mehr. Nehmen wir mal an, das ist einfach ihre volle Überzeugung, sie hat irgendwie gemerkt, es passt nicht mehr. Kanja ist ja legitim, vielleicht hat sie in gewisser Weise ja auch die Anziehung verloren, die Gefühle verloren, das kann ja passieren. Das hat erstmal überhaupt gar nichts mit dir zu tun. Das kann sein, dass sie es nicht aufrecht erhalten kann, dass sie keine stabilen Beziehungen führen kann, weil sie nach einer gewissen Zeit einen Druck verspürt, weil sie sich eingeengt fühlt. Das sind alles Dinge, da hast du null damit zu tun. Das passiert alles auf ihrer Seite. Ja, wenn man sich dessen bewusst ist. Wenn man sich dessen bewusst ist, kann man das kommunizieren. Wenn man sich dessen nicht bewusst ist, und da sind wir wieder bei dem Aspekt, wenn sie zum Beispiel gelernt hat, ihre eigenen Emotionen in gewisser Weise abzuspalten, wenn diese eben unschön sind. Muss ja nicht mal sein, dass sie alle Gefühle abgespalten hat, aber wenn sie zum Beispiel gelernt hat, unschöne Gefühle von sich abzuspalten, in so eine Art Vermeidungshaltung geht, was ja auch dann eine Trennung sein könnte. Ich vermeide einfach unangenehme Gefühle oder mich unangenehmen Gefühlen auszusetzen. Das kann natürlich auch schon dazu führen. Also um es nochmal zusammenzufassen. Die Gründe wird man nicht rausfinden. Das ist unmöglich, da jetzt zu sagen, woran es gelegen haben könnte. Sie wird ihre Gründe gehabt haben und für dich ist eigentlich das Wichtigste, das erstmal so bitter es ist, zu akzeptieren, dass sie diese Entscheidung getroffen hat. Weil was anderes bleibt dir realistisch gesehen auch nicht übrig. Du solltest leider Gottes versuchen, dich in gewisser Weise von diesem Analysemodus zu verabschieden. Also klar, ich empfehle ja auch immer, wenn man extrem traumatische Situationen in Beziehungen erlebt hat, da wirklich in die Analyse zu gehen, um dann rationalen Blick davon oder von dieser Beziehung oder auch von einzelnen Situationen zu bekommen. Was aber halt wichtig ist, ist, dass du halt nicht hergehst und dich die ganze Zeit immer wieder im Kreis drehst gedanklich und dich immer wieder fragst, ja warum? Was ist denn da passiert? Was könnte denn der Grund für die Trennung gewesen sein? Das ist, als ob du morgens aufstehst und nicht zur Arbeit gehst und im Bett liegen bleibst, weil du versuchst, darüber nachzudenken und dabei herauszufinden, wieso es heute regnet. Es ist einfach, wie es ist. Also, um das mal auf eine komplett rationale Ebene jetzt zu ziehen. Es gibt einfach Situationen, es gibt Dinge, die passieren und es ist eigentlich vergeudete Lebenszeit, darüber nachzudenken oder versuchen herauszufinden, wieso etwas eingetreten ist. Weil du wirst es nie hundertprozentig herausfinden können. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass dein Fokus immer weiter da hängen bleibt und das klingt mir bei dir ein bisschen danach, dass du in gewisser Weise nicht über diesen Punkt hinweggekommen bist, es einfach zu akzeptieren, dass sie diese Entscheidung getroffen hat. Realistisch gesehen könnte das sein, also ich sage jetzt mal nur ganz, ganz simpel ausgedrückt, wenn das, wie sie es mit dir gemacht hat, ihre Vorgehensweise ist, wie sie Beziehungen beendet, im Zweifelsfall. Wie gesagt, wir haben ja schon festgestellt, wir können nicht herausfinden, warum sie die Beziehung beendet hat. Sie wird ihre Gründe haben und da glauben wir ihr einfach. Gehen wir mal davon aus, sie ist ein Mensch, der Entscheidungen treffen kann und sie hat diese Entscheidung getroffen. Okay, das ist eine Tatsache, die haben wir, mit der können wir arbeiten. Sie hat sich getrennt, sie will diese Beziehung nicht mehr. Mehr muss man eigentlich erstmal gar nicht wissen. Mehr ist eigentlich auch nicht entscheidend. Es ist wie, wenn mir der Arbeitgeber die Kündigung hinlegt, kann ich mir auch monatelang Gedanken darüber machen, warum er wird Gründe haben und ich kann erstmal nichts daran ändern und betteln und flehen und Briefe schreiben, wird es nicht besser machen. Das macht mich dann selber nur affig. Also das haben wir auf jeden Fall. Sie hat diese Entscheidung getroffen. Wenn sie jetzt aber so immer Trennungen vollzieht, also wenn sie sich immer auf diese Art und Weise trennt, dann könnte es natürlich durchaus sein, dass vielleicht schon mal in der Vergangenheit ein Mann, dem es dann ähnlich ging wie dir oder womöglich genau gleich, dass der vielleicht über die Maßen dann sie regelrecht gestalkt hat, weil er eben auch entweder ja nicht loslassen konnte, wollte oder whatever oder weil er eben halt auch dann versucht hat, über alle Wege, zum Beispiel auch über die Familie, irgendwie wieder an sie ranzukommen. Und das ist nur so ein Gedanke, vielleicht hat sie ja so eine Erfahrung schon mal gemacht und deswegen auch diese krasse Reaktion. Also genau womit wir natürlich wieder zum einen bei dem Aspekt wären, Dinge, auf die du leider keinen Einfluss hast, weil egal was ist, egal wer sie da manipuliert, ob es ein Ex ist, ob es ihr, keine Ahnung, Leiter von diesem Kurs da ist oder ob es die Familie ist oder was auch immer dahinter steckt, sie selber ist ja für ihr eigenes Leben verantwortlich und sie selber muss den Willen, den starken Willen haben, sich, ja, ich sag mal in gewisser Weise, dem zu widersetzen, was ihr wichtig ist. Also beispielsweise, wenn die Familie sagt, hey, pass auf, der Typ, wir mögen den nicht, warum auch immer, ist ja, da sind wir auch wieder bei dem Thema, du hast keinen Einfluss drauf, die können von dir denken, was du willst, hat mit dir, deinem Selbstwert, deiner Persönlichkeit gar nichts zu tun. Die können ja selber ihre eigenen Probleme haben, warum sie vielleicht dich nicht mögen. Einfach nur als Beispiel. Und wenn sie dann aber sich da nicht dagegenstellen kann, wenn sie da klein beigibt und sich da manipulieren lässt beispielsweise, da muss man ihr dann halt, ja, leider Gottes auch sagen, Mädchen, du bist selber groß. Wenn du so großes Interesse an diesem Mann hast, dann stell dich gegen den Grund, der dagegen spricht. Stell dich gegen die Familie, stell dich gegen diesen neuen Typen oder stell dich gegen den Ex, der wieder aufgetaucht ist. Und das kann man wiederum runterbrechen, ganz pauschal auf den Aspekt, dass ihr Interesse nicht stark genug war in gewisser Weise. Also, ich hoffe, du kannst mir folgen. Das war jetzt ein ziemlich langer Satz. Sie muss halt quasi selber auf die Idee kommen, dafür einzustehen, dass sie mit dir zusammen sein will. Und wenn sie da einknickt, aufgrund, was auch immer, dann ist entweder ihr Interesse nicht groß genug oder eben halt ihre Bereitschaft, da Investment reinzusetzen, nicht groß genug. Was ich aber bei ihr eigentlich fast weniger glaube, wenn sie sonst so, ja, so ehrgeizig ist und so motiviert, wenn ihr was wirklich wichtig ist, wie jetzt beispielsweise auch das Studium. Genau. Und ich meine, da können jetzt wieder viele Aspekte mit reinspielen. Entweder wirklich halt zu wenig Interesse, was, wie gesagt, nichts mit dir zu tun hat. Wir sind immer da bei dem Punkt, das ist auf ihrer Seite. Also, ich betone das deswegen, weil häufig ist es ja so, dass der Selbstwert unter so einer Trennung, unter so einer Thematik extrem leidet. Und davon muss man sich einfach freimachen, weil diese ganzen seltsamen Dinge, die haben nichts mit dir zu tun. Die haben faktisch erstmal grundlegend gar nichts mit dir als Person zu tun, da sind einfach Dynamiken und Dinge am Werk, die du nicht handeln kannst, auf die du keinen Einfluss hast, wie beispielsweise die Familie oder gewisse Lebensumstände bei ihr. Wir wissen ja auch nicht, wer weiß, was in ihrem Leben vielleicht noch vonstatten ging. Also, ich will da jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich hatte schon Geschichten, da kam dann eben im Nachhinein raus, dass die Frau gar nicht Single war. Ich hatte schon Geschichten, da kam im Nachhinein raus, dass die Frau eigentlich, ja, das klingt böse, aber im Rotlichtgewerbe arbeitet und ihr Zuhälter es verbietet. Das klingt jetzt unglaubwürdig, aber so eine Geschichte hatte ich wirklich schon. Und häufig, ich will dir dein Gedankenkarussell jetzt nicht noch weiter ausmalen, aber einfach nur mal, um es zu verdeutlichen, häufig können solche Frauen, die dann eben halt auch in gewisser Weise Schwierigkeit haben, mit ihren Emotionen umzugehen oder die Emotionen zu kommunizieren, die können das dann halt auch nicht sagen. Die können dann halt nicht sagen, hey du, pass auf, ich wäre gern mit dir zusammen, aber meine Familie verbietet es mir. Ich wäre gern mit dir zusammen, aber eigentlich bin ich in einer Beziehung und ich versuche nur gerade von dieser grauenhaften Beziehung irgendwie wegzukommen und deswegen treffe ich mich mit dir. Aber mein Mann würde mich umbringen, wenn er das wüsste. Ich meine, es sind nur ein paar Beispiele. Du weißt es natürlich nicht exakt, was da dahinter steckt. Aber ich glaube, das ist für dich mal so als allererster wichtigster Schritt, einfach mal wirklich zu akzeptieren, okay, die Frau hat sich getrennt, die Gründe werde ich nie hundertprozentig erfahren und das Ergründen macht mich eigentlich nur verrückt. Ich muss es akzeptieren und ich muss es in gewisser Weise, das klingt jetzt wieder missverständlich, aber ich muss es in gewisser Weise auch von mir abspalten. Also ich muss von mir abspalten, dass das was mit mir zu tun hat. Weil so wie du es hier formuliert hast, du hast ja auch geschrieben, ich fühle mich wie ein Verbrecher. Das ist ja ein Problem, du beziehst es in gewisser Weise vielleicht auf dich. Genau, richtig. Also ist aber auf jeden Fall auch eine übertriebene Angst, muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Weil sie hat ja... Wir wissen nicht, was da Sache ist. Wir wissen da nicht, was in ihrem Leben abgeht. Also du bist auf jeden Fall gut beraten, da die Finger von zu lassen erst mal. Also definitiv nicht irgendwie weitere Versuche, sie zu erreichen oder sonst was. Warum sie es gemacht hat, das wird man in der Form nicht so einfach rausfinden. Also was passieren kann, ist, wenn du dich wirklich komplett distanzierst, ich meine, andere Möglichkeit hast du sowieso nicht, dass sie vielleicht irgendwann von selber mal in einem Jahr oder sowas auf dich zukommt oder dir einfach mal irgendwie eine Nachricht schreibt, so von wegen, hey, wie geht's? Und dann entsteht da vielleicht ein Gespräch und dann wird es vielleicht klar. Wäre möglich. Man weiß es nicht. Will ich mich tatsächlich nicht festlegen. Das, ähm... Also ich sag mal, so ganz oberflächlich betrachtet geht es schon in die Richtung. Sagen wir es mal so. Es geht in die Richtung, weil so ihr, ihr Typus Frau, ihr Typus Mensch, wie du ihn mir beschrieben hast, das klingt schon danach. Das klingt schon in diese Richtung. Aber ich will jetzt nicht sagen, sie ist hier Vollblut-Narzisstin, eine knallharte Narzisstin, aber der Züge hat sie meiner Meinung nach auf jeden Fall, das geht eben aus der Persönlichkeit, die du beschrieben hast, hervor, in wie weit, da müsste man tief reingehen, was du alles über sie rausgefunden hast und einzelne Situationen auseinandernehmen und so weiter. Das ist aber letztendlich auch gar nicht so wichtig, weil man kann es eigentlich immer wieder darauf runterbrechen, die Situation ist, wie sie ist und deine Aufgabe ist eigentlich nur, damit umzugehen. Da gibt es ja zigtausend verschiedene Methoden. Ich weiß nicht, ob du meinen Online-Kurs gesehen hast oder gekauft hast. Ich sehe das leider nicht immer, wer den kauft. Ich habe ja mal so beschrieben, wie ich das alles gemacht habe, wie ich alles aufgearbeitet habe. Wenn du den hast, dann arbeite ihn mal durch. Wenn nicht, dann überleg dir, den zu kaufen. Ich will dir nichts aufschwätzen, um Gottes Willen. Ich bin echt kein Verkäufer. Ich mag das auch nicht tatsächlich, aber wenn du da, ja, ich sage mal, eine pauschale Anleitung haben möchtest, dann wäre das auf jeden Fall hilfreich. Und ansonsten würde ich sagen, ganz pauschal versuche, so rational es geht, dich an die Sache ranzumachen und dann davon zu distanzieren. Also wirklich das, wie soll ich es ausdrücken, von dir zu entfernen, dass es was mit dir zu tun hat. Weil ich glaube, das ist auch ein gewisses Problem, weil wenn du nicht irgendwo in gewisser Weise dran zweifeln würdest, dass es mit dir was zu tun hat, dann würdest du, glaube ich, auch nicht so sehr noch darunter leiden. Mal ganz pauschal gesagt. Naja, klar, natürlich. Das ist ja mitunter der Hauptaspekt, das frühe Erkennen von roten Flaggen und da ja, sind schon ein paar dabei, wo man sagen muss oder wo man sagen kann so im Nachhinein, da hätte man vorsichtiger sein müssen in gewisser Weise, aber bis jetzt habe ich da auch nichts gesehen, wo ich sage, das ist eine Frau, die undatbar gewesen wäre. Also das dann auch wieder nicht. Ja, starke Bindungsvermeidung in gewisser Weise. Also ganz pauschal gesagt, die Frau hat auf jeden Fall ein Thema mit Bindung. Sie hat ein schwerwiegendes Thema mit Bindung und da, ja, so doof das klingt, da muss sie selber ran. Du bist eben halt da an eine Frau geraten, die sich in dieser Form nicht wirklich vielleicht binden kann, wie sie es vielleicht auch selber gerne hätte. Das ist vielleicht auch ein Punkt, den du in gewisser Weise einfach akzeptieren musst, dass sie, ja, dass sie es vielleicht auch nicht konnte in gewisser Weise und deswegen vielleicht flüchtete. Leider Gottes. Ja, ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen helfen zumindest. Das freut mich schon mal. Ich muss jetzt leider auflegen, ich muss den Nächsten anrufen. Ich versuche immer ganz pünktlich zu sein. Du darfst dich gerne nochmal bei mir melden, also wenn du nochmal Bedarf hast oder sowas oder da nochmal tiefer reingehen möchtest oder sowas. Du kannst ja auf meiner Webseite gucken, was es für Gespräche gibt oder mir im Zweifelsfall einfach eine E-Mail schreiben oder sowas. Das auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Ganz klar. Ein wichtigster Punkt, nimm dir Zeit. Das freut mich. Dann bedanke ich mich bei dir für das nette Gespräch und ich würde sagen, früher oder später hören wir voneinander. Auch wenn du mir nur eine E-Mail schreibst in einem halben Jahr. Hey, ich bin drüber hinweg, Steve, alles super, freue ich mich auch drüber. Genau, und dann wird es interessant. Aber wie gesagt, du darfst mir gerne mal ein Feedback geben, wie es so weitergeht. Da bin ich auch immer interessiert drin. Super. Und dann wünsche ich dir einen schönen Abend und eine gute Nacht.